Hallo liebe Freunde der Elektrotechnik, Giancarlo Tietcher wieder am Start, heute mit einem Kurzvideo. Das ist eine Reaction von einem echt sauschlauen Zuhörer von mir und er hat mir eine sehr wertschätzende Nachricht zukommen lassen via Instagram. Es geht um meine Folge mit den Windkraftanlagen. Ich bin ja ein großer Kritiker von diesen Windkrafträdern, die unsere, wie Alice Weidel sagte, unsere Landschaft verschandeln. Ja, ich meine per se, die Idee ist ja eine gute und man kann da so viel mehr rausholen. Und ich habe in meiner Podcast-Folge habe ich auch angesprochen, dass ja wie bei PV-Anlagen das Ganze meistens auf 20 Jahre ausgelegt ist. Dann nach 20 Jahren wird entweder ein großes Windkraftwerk, also ein großer Tower, wird dann abgerissen. Fünf kleine werden hingestellt oder fünf kleine werden weggerissen und ein großer wird hingestellt. Ja, und man sich fragt so, okay, wo ist eigentlich der Sinn dabei? Die müssten auch eigentlich ewig laufen. Dann sieht man die immer mal wieder stehen. Ja, gerade im Sommer, man guckt sich so um und denkt sich so, okay, Alter, wir haben Energieknappheit und die stehen, die produzieren nichts. Die werden gerade gestoppt, um unser Netz nicht zu überlasten, was ja überhaupt nicht dafür ausgelegt ist. Oder beziehungsweise noch nicht dafür ausgelegt ist. Komischerweise, oder witzigerweise ja auch, weil die Grünen ja immer wieder was dagegen sagen. Ja, da sind da irgendwie, haben Frosch gesehen oder, ah ja, jetzt hier irgendwie mit Baggern und so weiter. Aber sagen, wir wollen keine Atomkraft, aber wir wollen Windkraft, wo eine riesen Bodenplatte gegossen werden muss. Plus, dass dann die Zufahrtswege und ich habe ja auch in der Podcast-Folge schon darüber gesprochen, Fitness für Elektroniker. Und dieser junge Mann, der mir diese Bilder geschickt hat, die ich euch hier gleich zeigen werde, beweisen es mal wieder, wie fit so ein Handwerker verdammt nochmal sein muss. Ich komme erst mal zu der Nachricht, die lese ich euch gerade mal vor. Also, hi Giancarlo, wollte nochmal sagen, dass dein Podcast echt top ist. Deine Schüler können froh sein, so einen Lehrer zu haben. Ja, denke ich mir auch. Es gibt einige, die wissen mich zu schätzen, andere wiederum, die sagen sich, ja, ist auch nur ein Lehrer, ah, der macht das für den Fame und so. Aber ja, ich fühle mich sehr geschmeichelt, wie du siehst. Höre deinen Podcast immer bei meinen Fahrten quer durch NRW, wenn ich zur Arbeit fahre. Arbeite als Servicetechniker für Windkraftanlagen. Das heißt also, ich kriege jetzt gerade eine Nachricht von jemandem, der da in der Branche ist. Ja, ich bin so einer, okay, ich habe so ein bisschen Allgemeinwissen. Ich bin der Lehrer für viele der Theoretiker, für andere der Praktiker, weil ich ja Fachpraxislehrer bin, ja, der Elektriker des Volkes, wenn man so möchte, ja. Wie ihr auch da draußen, ja, ich sage ja immer wieder oder ich bin ja immer wieder dafür, so ein Elektriker oder der Handwerker, der bekommt für meine Meinung nach immer noch zu wenig Geld für die Verantwortung, die er da hat. Ich sage es auch immer ganz gerne wieder, so ein Maler, der hat sich vermalt und streicht einmal über die Wand drüber und dann hat er quasi seinen Fehler vertuscht beim Elektriker. Der macht einmal einen Fehler und dann war es das, entweder für ihn selbst oder den Kunden. Deswegen sage ich immer wieder so, okay, da sollte eigentlich kohlemäßig was passieren. Aber weiter im Text. Bin jetzt bei Folge 73 angekommen. Da wollte ich einfach mal schreiben, dass du dich ja über Feedback, oder da du dich ja über Feedback freust. So, und wenn ihr jetzt mal raushört, was dieser junge Mann mir für eine Nachricht geschrieben hat, ich war sehr, sehr dankbar dafür, weil er hat so wertschätzend, der hat nicht gesagt, du Vollidiot, du hast das falsch gemacht, dies, das, das, sondern ich kann auch nicht alles wissen. Und wenn ich dann auf was hingewiesen werde und ich bekomme konstruktive Kritik und dementsprechend auch dieses Video jetzt, ja, dann kann man sagen, okay, Alter, der hat verstanden, der ist menschlich auf der Höhe, das ist ein Elektriker, ja, kein Schlosser oder Maler oder keine Ahnung was. Ihr wisst, was ich meine. Du hast bei ganz vielen Sachen recht, die du in der Folge ansprichst, aber ich muss schon sagen, im Allgemeinen war das schon alles sehr negativ belastet gegenüber Windkraft. Er spricht jetzt auch, wie gesagt, einmal darauf an, dass die ganzen Türme wieder abgerissen werden, dann mit der Verbrennung, ja, Müllverbrennungsanlagen, dann mit den, ich sag mal, mit den, wie sagt man noch gleich, dass das Ganze genehmigt wird, die Genehmigungsverfahren von Land zu Land, ja, also wenn ich jetzt in Schleswig-Holstein das Ganze baue und mein Transporter mit dem Propeller hinten drauf 20 Zentimeter länger ist, als ich die Genehmigung habe, da habe ich über die Grenze von Schleswig-Holstein gar nicht nach Niedersachsen runter, beziehungsweise dann über Sachsen, Niedersachsen, Hessen, sonst irgendwo hin, je nachdem, wo die ganzen aufgebaut werden sollen oder durch NRW, je nachdem. Ja, da habe ich zum Beispiel sowas gebracht, ich habe gebracht, dass auch dieses Gas, dieses SF6, dass das sehr, sehr schädlich ist, ja, dass das da drin ist und man sich so sagt, okay, Alter, ihr macht ja einen auf klimaneutral und dann ist sowas da drin und da ist er auch unter anderem drauf eingegangen, nämlich hat er geschrieben, klar ist SF6 schädlicher als CO2 auf derselben Menge, aber sie wird ja nur in einmalig, in kleinen Kapseln gefüllt und bleibt auch dort und das war's. Mein Gedanke war natürlich, was ist denn jetzt, wenn so ein Ding abgerissen wird, was passiert denn jetzt damit? Abgefüllt und das war's, ja, ne, denke ich mir dann, ja, aber wie gesagt, ist ja schön, dass er schon mal sagt, okay, auf dieselbe Menge, ne, man muss auch immer wieder schauen, in welchen Relationen wir hier reden. Die Menge ist so gering, also nicht der Rede wert, aber wenn man schon bei kleineren Mengen ist und negativ dem gegenüber steht, dann sollte man vielleicht noch die Kohlenbürsten erwähnen, welche im Generator verschleißt und alle fünf Jahre erneuert werden muss. Kleiner Spaß am Rande von ihm, also, ich hab auch erst gedacht, so, hey, Kohlenbürsten, das hat ja eine kleiner Spaß, klare Geschichte, ne, aber jetzt kommt des Weiteren. Werden die Anlagen nicht nach 20 Jahren schon abgebaut, sondern die Betreiber sind gewillt, in die Anlagen zu investieren, um sie instand zu halten. Das heißt, es soll also nicht immer wieder abgerissen werden nach 20 Jahren, die Verträge laufen aus, neu wird hingebaut, alles weggeschmissen und so weiter, ne. Ähm, Retrofits, also im Prinzip dann Instandhaltungen und Teile zu erneuern. Also, die Anlagen laufen minimum 20 Jahre bei schlechter Wartung und so weiter. Sonst gebe ich dir in allen Punkten recht. So, und da habt, das ist so eine Nachricht, ich war wirklich, war erst mal so, okay, Alter, jetzt kriege ich erst mal richtig einen auf den Sack, so, ja, hast du, keine Ahnung und so, ne. Aber er gibt mir in vielen Punkten recht, sagt aber auch, okay, da wird was instand gehalten. Und jetzt zeige ich euch mal Bilder, die er mir zu hat, geschickt hat dazu, ja. Und zwar seht ihr hier, das ist im Prinzip sein Arbeitsplatz, ja. Also, wirklich diese Aussicht von da oben. Ich bin schon Fallschirm gesprungen, ja, aus 4000 Metern zu fallen, das ist schon ein geiles Gefühl. Der Fallschirm geht irgendwann auf. Da oben aber, die Jungs, erstmal muss er die Treppe hoch. Da ist kein Aufzug, Leute. Wenn ihr so ein Windkraftwerk euch mal anguckt, die Rotorien, wie hoch die sind, wenn ihr da vorsteht, das ist schon imposant. Und dann da oben, da musst du schwindelfrei sein. So, und das können auch nicht alle machen, ja. In anderen Ländern, da hört ihr von Professor Finanzen oder sonst wo, ja, was verdient denn so ein Fensterputzer in Dubai für den Burj Khalifa? Hier, so ein Elektriker, Alter, guck dir mal an, was fand ich von der Höhe, der auch arbeitet, plus der putzt nicht nur Fenster da oben, ja. Also, der hat richtig Arbeit, richtig wichtige Sachen zu tun. Und da kannst du nicht irgendwie, ich sag mal, einen BMI von über 25 haben. Du kannst nicht, äh, den, von morgens bis abends kannst du dir auch keinen Red Bull reinfahren und dann meinen, oh, verdammt, Alter, ich hab hier, äh, ja, eine Pumpe, ich hab einen Ruhepuls von 98. Ähm, das ist, ich, ich bin ja Fitnesstrainer. Ähm, und ich erzähle euch da absolut nichts Neues, wenn ich euch sage, okay, achtet auf eure Ernährung, trinkt genug und so weiter, ja. Ähm, ich sag mal, es ist klar im Sinne vom Vaterstaat, wenn die euch sagen, trinkt so und so viel, aber es geht doch eher um eure eigene Lebensqualität. Ähm, bewegt euch genug, macht genug Schritte am Tag, ja, so 10.000 Schritte, sagt man so im Schnitt. Ihr wisst, klar, es ist dieses von den Olympischen Spielen damals, ich war im 70er, 80er oder so in Japan, wo das mal einer so als Gag gesagt hat und dann haben die Leute das einfach mitgenommen, so 10.000 ist eine schöne runde Zahl. Ich bin eher dafür so, okay, macht lieber 3.000 bis 4.000 mehr pro Tag. Das heißt, wenn ihr am Tag sowieso schon 20.000 geht, dann sagt, oh, ich hab meine 10.000. Nix da, du hast deine 10.000, sondern du machst nochmal 3.000 mehr als ohnehin schon. Dann, je nachdem, die Leute sagen sich auch immer wieder, okay, ich weiß gar nicht, ah, mit meinem Getränk, mit meinem Wasser, ich komm gar nicht auf meine 2 Liter, ich komm nicht mal auf 1,5. Allein schon, wenn ich aufstehe, trinke ich ein großes Glas Wasser. Ja, weil wir nachts so viel ausschwitzen. Dann kommt dazu, wenn ich unterwegs bin, klar, man kann es vergessen, dann baut euch da Gedächtnisstützen auf. Das heißt also, ich stelle mir eine Flasche in die Küche, dann in die Kantine, beziehungsweise je nachdem in den Pausenraum, ich habe bei mir einen auf dem Schreibtisch stehen, dann im, gut, ich als Lehrer im Lehrerzimmer, klar, ne, wenn ein Lehrer zu wenig trinkt, also ohne Spaß, also unsere Berufsgruppe, ich sage es ja immer wieder, wenn Kollegen dann auch sagen, ich brauche schon wieder Ferien und ich denke mir so, Alter, hast du mal 40 Stunden gearbeitet und nur 30 Tage Urlaub im Jahr gehabt und so weiter, dann brauchst du Ferien, ja, und nicht, die Schüler haben mich heute gestresst, so, ja, Alter, wenn du alles persönlich nimmst, selber schuld, ne, nur mal so by the way, aber ich wollte ja bei dem sportlichen Aspekt da bleiben, ja, also ich meine, du kommst ohne Kondition kommst du nicht so ein Windkraftwerk hoch, oder beziehungsweise dann machst du nur eins und dann auf einmal hast du Herzschmerzen oder sonst irgendwas, also von jeden Tag Meckes fressen und so, da kriegst du das auch nicht rein, ne, nur mal so by the way. Okay, also ihr seht erstmal diese Riesenaussicht, ja, der Mann weiß, wovon er redet, wenn er mir was schreibt. Und dann hat er mir noch ein Bild geschickt und zwar von einem Generator-Austausch, also da wird schon reinvestiert in die Anlagen, um die ganzen Sachen länger am Leben zu halten. Und jetzt, guckt euch mal, da steht ein kleines Leiterchen und ich denke mir so, alter Vater, da kommt der Kran und muss da ganz vorsichtig und du stehst dann da oben und, boah, der wiegt auch einiges, ey. Also, ja, Respekt wirklich an den lieben Jens, was er da macht, wirklich, also ich bin aller, allerhöchste Hochachtung, die Leute, die Jungs und Mädels, die da oben arbeiten, das Ganze dann wieder einstellen, das Ganze wirklich auch wieder anschließen, dass das Ganze wieder funktioniert. Ich meine, du gehst dann runter, du machst einen, machst du am Tag, schätze ich mal. Ja, und dann das Ganze wieder so hinzubekommen, dass das Ganze läuft, also da kann man echt schon stolz drauf sein, wirklich. Also, meine aller, allerhöchste Hochachtung. Und das ist so eine Nachricht, da dachte ich mir, da muss ich ein YouTube-Video für euch machen. Ja, schrieb mir dann noch zum Schluss, mach weiter so, feier dich wirklich und finde es auch mega, dass du kein Blatt vor den Mund nimmst, ja. Ich denke mal, da wird dann eher so drauf eingegangen von diesem, wenn ich dann irgendwie über unsere Marionetten vom Politiker dann rede oder, ja, hier und da mal was über, ich gender auch nicht. Ich bin auch so einer, ja, mein Gott. Ja, ich meine, klar, Jungs und Mädels, ich habe die im Unterricht sitzen und ich finde es auch immer gut, wenn ein Mädel dann bei mir im Unterricht dabei sitzt, weil dann benehmen sich die Jungs dann eher mal, ja, aber, ja, ich bin absolut nicht dafür, dass ich jetzt sage, so BürgerInnen, ja, dann sage ich mir, okay, Alter, Baerbock geht zum Logopäden und dann gehe ich schon mal woanders hin, ja, weil mit so Leuten unterhalte ich mich dann nicht. Da muss jeder selber entscheiden. Wie gesagt, Jens, danke für deine Nachricht, danke für die Bilder, ihr habt es gesehen und, ja, man kann einfach nicht als Elektriker voraussetzen, okay, ich fresse den ganzen Tag Döner, Meckes, Burger King, was weiß ich was und dann packe ich das schon irgendwie, ja, sondern ihr müsst schon auf euren Körper achten, ihr müsst auf euren Körper hören und gerade, wenn ich da so ein paar Treppen hochgehe, also einmal geht es auf den Quadrizeps, ja, Oberschenkelmuskulatur, es geht auf die Pumpe, ja, da drin ist nicht irgendwie mit Klima und so weiter, also, ja, also ich würde immer wieder auch Sport machen, ja, und ihr müsst nicht wirklich viel machen, ihr müsst es ja nicht übertreiben, fangt mit den Basics an, fangt mit ganz einfachen Programmen an und macht nicht irgendwie so einen Scheiß mit, ich habe 40 Tage lang jeden Morgen 10 Liegestütze gemacht, das hat sich verändert, so ein Bullshit, ja, sondern wirklich findet euer Trainingsprogramm und investiert auch mal wirklich in einen guten Trainer, ja, also ich bin selber Fitnesstrainer und wenn ich mit meinen Leuten, ja, entweder online, aber auch eins zu eins in meinem Fitnessstudio und anderen Fitnessstudio arbeite, ich habe jetzt letztens auch wieder das Feedback bekommen, dass ich eine verdammt gute Haltung habe, man braucht gar nicht viel Gewicht für so ein bisschen Arme, für ein bisschen Kondition, das braucht die gar nicht, ja, es geht darum erstmal die saubere Technik, ja, die meisten Leute gucken sich Markus Rühler, Markus Rühler hat Ahnung, Markus Rühler wusste, was er da tut und nicht, dass ihr alle sagt, so, ja, viel und falsch und viel Wiederholung und maximal und bis ihr zusammenbrecht und so, nein, braucht ihr gar nicht, ja, lieber erstmal in den Trainer die ersten paar Wochen investieren, damit er euch zeigt, damit er euch nicht kaputt trainiert, ja, irgendwann habt ihr den Rücken kaputt, dann habt ihr die Bizepssehne kaputt, da habt ihr Verspannungen irgendwo im Nacken, es ist so einfach, dann natürlich das Sixpack, das entsteht in der Küche, sage ich auch immer ganz gerne, ich bin ja auch Berater für Sporternährung, das heißt also, ich weiß es nicht nur von den Basics, das heißt von der Ernährungstrainerlizenz für den allgemeinen Bereich, ja, sondern ich weiß es auch, wenn ihr jetzt Wettkämpfe macht, ja, das heißt, ihr wollt irgendwo für einen Marathon trainieren, ihr wollt irgendwie aber auch Bodybuilding, was muss in der Wettkampfvorbereitung, während des Wettkampf, Wettkampfnachbereitung, Off-Season und so weiter, wie muss da gegessen werden, wie sollte da das Essen zum Training angepasst werden, wenn ihr in diesen Profibereich möchtet, aber grundsätzlich jetzt erstmal auch als Elektroniker, egal welcher Beruf, solltet ihr euch vernünftig ernähren, hier und da auch gerne mal Grünzeug reinpacken, ja, und nicht immer nur meinen, okay, vegan funktioniert nicht, sage ich auch, vegan funktioniert nicht, ja, ich bin auch nicht vegan, ohne Eier, ohne Hühnchen geht bei mir nicht, aber, ja, dass ihr zumindest, ja, die Abwechslung habt und gesund esst, die Mikros sowie die Makros habt. Ja, ich hoffe, wie gesagt, das Video hier zu Windkraftanlagen hat euch gefallen, plus so ein bisschen Sport, der sportliche Hintergrund, wenn ihr mehr dazu wissen wollt, ihr könnt mich gerne bei meiner Website www.elektrotechnikpodcast.de anschreiben und da verweise ich euch auch gerne auf meine zweite Tätigkeit als Trainer, wenn ihr irgendwie sagt, hey, Trainingsplan, Zusammenarbeiten, 6 Wochen Programme und so, bin ich offen für, muss man immer wieder schauen, wie das Ganze so passt, aber wenn ihr sagt, hey, ihr möchtet gerne solche Videos haben, ja, weil solche Nachrichten, ich liebe das einfach, das war so wertschätzend und entsprechen meine Wertschätzung mit diesem Video. Ja, abonniert noch den Kanal für mehr Videos, gebt den Videos noch einen Like, kommentiert es mir vielleicht noch, ja, was haltet ihr von Windkraftanlagen? Ich bin eher dagegen als dafür, aber wenn so ein Elektriker da arbeitet, dann bin ich wieder dafür. Wir hören uns dann in der nächsten Podcast-Folge, ja, auf Spotify, iTunes, Podimo, Deezer, Amazon Music und so weiter, egal wo, ich bin überall zu finden, wo es Podcasts gibt und natürlich auch auf meinen Social Media Kanälen, YouTube, Instagram und TikTok, abonniert die ganzen Sachen, da lade ich immer wieder Videos hoch, damit ihr immer wieder mit den neuesten Infos rund um meinen Podcast versorgt seid und es bleibt wie immer dabei, nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir. Wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge oder sehen uns im nächsten YouTube-Video. Macht's gut, euer Giancarlo, The Teacher.